Ja, Snapchat und Instagram-Stories. Wie wir alle wissen, löscht sich dort alles automatisch nach 24 Stunden. Das heißt, wir können auf alles scheißen. Aber, was viele nicht bedenken, Leute können Screenshots machen, Bildschirme abfilmen, alles. Und deshalb kann dann eben auch mal passieren, dass einen die Vergangenheit einholt, ein peinlicher Snap irgendwie wieder auftaucht. Und deshalb geht das heutige Video um die peinlichsten Stories überhaupt. Richtig peinlich. Vergesst nicht zu kommentieren, welchen ihr am peinlichsten fandet und dann würde ich sagen... Heute, wie ihr seht, mit einem nicht ganz so ordinären Gast. Und Leute, wenn ihr dieses Video wirklich anschaut, werdet ihr danach safe was haben, was ihr immer gegen uns verwenden könnt. Wir zeigen hier mit Angriffsfläche und ich würde sagen, es geht los. Wir müssen ja eigentlich direkt mit dem Miguel Pablo Ding anfangen, gell? Ist das so? Ja, eigentlich schon. Ja, okay. Also, Vorgeschichte. Ja, Leute, ich habe damals mal so ein Insta-Story mit Miguel Pablo gemacht. Das war so zur Zeit der Video-Days. Und dann haben wir uns da eben abends mal in der Geschichte mal getroffen. War, 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 nice. Jetzt schauen wir uns mal an, war, klar. Jetzt bin ich gespannt. Okay, das Ding ist ja, ich habe die einfach so gefilmt. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie sie darauf reagiert haben. Okay. Okay. Bist du mal? Ich bin sowas von der Idee. Okay. Yo, was geht ab? Was geht ab? Oh mein Gott. Was geht ab? Okay, weiter geht's. Let's go. So eine Glatze. Ach, Quatsch. Wie glücklich du da aussiehst. Ey, das war das lustigste Gefühl. Was für krasse Augenbrauen du hast. Irgendwenn erinnerst du mich, wa? Eventuell an Cengiz von den Ape Crimes. Ja! Irgendwie schon ein bisschen. Ja, das Krasse ist, da wurde ich ja gerade zu Cengiz geschminkt. Ach so, krass. Ich zeige dir mal ein anderes Bild, was ich da gemacht habe. Simon aka The Cengiz. Alter, das sieht wirklich gut aus. So, Freine. Willkommen zu meinem Cengiz. Ja, Freunde. 1 zu 1 die Mimik und Gestik und alles übernommen, Alter. Oh, thanks, man. So, die Maske ist schon geil, ist aber nicht das Einzige, was bei einem Filmzeit passiert. Denn seht ihr mal das an. Typisch Typ. Liegt hier ganz entspannt auf seinem Sofa und freut sich seines Lebens. Doch dann, die Chattis. Aber ich wünschte, dabei wäre es geblieben. Nämlich dann wäre ich als Gewinner aus der Situation herausgetreten. Na, aber nein. Boah. Voll süße. Ja, alles cool. Du kannst so, hier, du mal. Du kannst so, wie viel Prozent das gerade erwartet habe in dem Moment. Du kannst ja sowas einfach ohne Fail schafft, Mann. Ich auch. Oh, bemerkenswert. Ich sag so, du bist der erste Mensch, du sagst, ich auch. Ah, ein Snap, der so wahrscheinlich meine Persönlichkeit beschreibt. Willst du ihn sehen? Dann, ja. Freunde, ihr denkt euch, was kann man bei so einer Socke falsch machen? Ganz einfach. That's my life. Wisst, du wisst, was my life ist? Aber du hast eine lange und eine kurze. Und weißt du was? Jetzt kommt's. Die sind beide von Dylan geklaut. Meine Socken sind auch noch schwarz. Das kannst du nicht einschalten. Echt? Ja, schon. Okay, Bro. Hast du noch irgendwas Spannendes, Aufregendes? Glauben wir, Freunde. Das, was ich euch zeige, keine halben Sachen. Das ist ein Snap, für den ich mich sehr schäme. Oh, I like that. Okay, da ist Luca dabei. Luca Concraft ab ich auf einer Party. Mit Stefan, ist auch Stefan dabei? Es wird so peinlich. High Society Audience. Ja. Ja, jetzt sagt ihr den Snap. Nein, Freunde. Hier kommt ihr zu meinem Video. Oh, stimmt. Also, ich will echt eigentlich und gern wissen, was da passiert, Mann. Ja, es ist schon hart an der Grenze. Leute, jetzt klickt mal auf das Video. Es ist hart an der Grenze, ja. Klicken einfach jetzt. Und abonniert Junggesellen, Freunde. Ich abonniert Junggesellen. Rob kennt ihr ja gleich nach dem Video von... Eine Million 503 Daumen. Mindestens, ja? Schreibt in die Kommentare. Abonien da! Ah!